Hinter dem Konflikt mit Belarus stehen verschiedene Interessen. Dabei spielt auch Russlands Regierung als Partner Lukaschenkos eine Rolle. Minsk und Moskau hatten zuletzt gedroht, Gaslieferungen nach Westen zu stoppen. Nun gibt es eine für Russland ungünstige Nachricht rund um die Gaspipeline Nord Stream 2. Diese Pipeline ist schon seit September betriebsbereit und sollte eigentlich in diesem Jahr in Betrieb gehen und Gas nach Deutschland liefern. Daraus wird erstmal nichts, denn die zuständige Bundesnetzagentur, die zum Wirtschaftsministerium in Berlin gehört, hat das Unternehmen wegen rechtlicher Bedenken nicht zertifiziert. Bis tatsächlich Gas durch die Leitung fließen wird, könnte es also noch Monate dauern. Fragen wir nach in Moskau bei unserem Russland-Korrespondenten Juri Rescheto. Juri Nord Stream 2 kann also vorerst nicht in Betrieb genommen werden. Wie ärgerlich ist das aus russischer Sicht? Ich glaube, Tina, es ist ziemlich ärgerlich für die Russen, denn es ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht erstmal ein Problem, denn die Russen haben gehofft, damit sehr, sehr viel Geld in die Staatsgassen zu spülen. Denn Gazprom, also eigener, ist auch ein Staatsbetrieb. Aber auch rein symbolisch. Wir wissen, dass es sehr, sehr viele Probleme gab bei dem Bau von Nord Stream 2. Es wurde verzögert und verzögert. Die Amerikaner haben versucht, das zu verhindern und so weiter und so fort. Nun ist aber diese Pipeline gebaut worden. Die Russen haben gehofft, dass sie sie im Dezember in Betrieb nehmen können. Und das kann also nicht passieren. Noch viel ärgerlicher ist auch, dass wir wissen, dass die Ukrainer zugelassen wurden zu der Entscheidungsfindung der Bundesnetzagentur. Die Ukrainer, die ja gegen diesen Bau von Nord Stream 2 waren von Anfang an und die wir noch sind, denn sie befürchten, dass Russland das als politisches Instrument benutzen könnte. Die haben zwar kein Vetorecht bei der Entscheidungsfindung, aber haben eine beratende Funktion in dem Gremium und können also die Menschen, die die Entscheidung treffen, beeinflussen. Noch kurz, welche negativen Folgen könnte das Ganze für Deutschland haben? Naja, wenn der Winter kalt wird in Deutschland, dann wird es auch natürlich für Deutschland spürbar sein. Tina, es sind ja immerhin 55 Milliarden Kubikmeter Gas, die pro Jahr nach Europa gepumpt werden sollen, auch nach Deutschland. Und zwar ist Russland nicht der einzige Gaslieferant, aber doch ein sehr beträchtlicher. Viel Aufsehen erregt ja auch einen von Russland verursachter Zwischenfall im All. Und das schauen wir uns gemeinsam genauer an. Tatort All. Ungefährlich ist es in der Erdumlaufbahn schon lange nicht mehr. Ausgebrannte Raketenstufen, Teile von kaputten Satelliten. Nun werfen die USA Russland vor, mit einem Antisatellitenbeschuss die Raumstation ISS in Gefahr gebracht zu haben. Bis zu 1500 gefährliche Trümmerteile zählte das US-Verteidigungsministerium. Das Verhalten Russlands ist unverantwortlich, gefährdet die Nutzung des Alls. Die Aussage, Russland wolle, dass das All eine nicht-militarisierte Zone bleiben soll, ist schlicht unaufrichtig. Die USA werden mit ihren Partnern zusammenarbeiten, um auf dieses unverantwortliche Verhalten Russlands zu antworten. Die Mannschaft der ISS musste sich wegen umherfliegender Trümmerteile in angedockten Raumschiffen in Sicherheit bringen. Im Falle eines Zusammenstoßes hätte die Besatzung schnell zur Erde zurückfliegen können. Mit an Bord ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer ganz rechts. Russland bestreitet alle Vorwürfe. Sein Land entwickle keine neuen Waffensysteme für das All. Alles Lug und Trug, sagt der Außenminister. Jetzt zu erklären, Russland gefährdet die friedliche Nutzung des Alls, schaffe eine Risikolage. Also, das ist doch eine Heuchelei. Es gibt einfach keine Fakten. Der russische Weltraumschrott ist offenbar an der ISS vorbeigezogen. Die Mission ist nicht gefährdet, aber der Friede im Weltall. Jure Reschieto in Moskau, wie schätzen Sie das ein? Welche Erklärung für den aktuellen Zwischenfall halten Sie für plausibel? Naja, Tine, wir haben inzwischen auch die offizielle Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, das bestätigt hat, dass der Satellit abgeschossen wurde und zwar absichtlich abgeschossen. Der Satellit Celinar D heißt es oder Cosmos 1346, ein anderer Name, der war seit 1982 im Weltall und seit 2017 wohl angeblich nicht mehr in Betrieb. Er sei auch von der Laufbahn abgekommen und sollte abgeschossen werden. So haben die Russen das erklärt. Die Frage ist natürlich, warum die das so gemacht haben und damit auch womöglich das Leben und die Sicherheit der Astronauten und der Kosmonauten, also der eigenen Menschen im Weltall, gefährdet haben. Die Antwort auf diese Frage bleiben die Russen schuldig. Die Spie drehen aber den Spieß um und sagen in der Erklärung, der Amerikaner seien viel schlimmer, sie würden Waffen im Weltall ausprobieren, ohne jemanden zu warnen. Die Russen hätten immerhin gewarnt. Also man weiß nicht genau, was da wirklich abgelaufen ist. Und welche Ambitionen hat die russische Regierung insgesamt mit Blick aufs Weltall? Ziemlich große. Also sowohl militärisch als auch wirtschaftlich und natürlich auch symbolisch. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, Russland ist eine Weltraummacht. Die Russen haben den ersten Menschen ins Weltall geschossen. Juri Gagarin und damit also eine stolze Weltraummacht oder stolzes Weltraumstaat. Militärisch natürlich auch. Es gibt seit einigen Jahren die sogenannten Weltraumtruppen hier in Russland, so wie es auch in den USA die gibt. Und die dienen eigentlich dazu, die Satelliten ins All zu bringen, die zu kontrollieren und wie wir wissen, seit heute auch die abzuschießen ab und zu. Aber die Weltraumarbeit ist in den letzten Jahren ziemlich ins Stoppen geraten. Der Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ist in die Jahre gekommen. Und die Russen sind auf die Investitionen aus dem Ausland sehr angewiesen und auf die internationale Kooperation. Insofern war dieser Zwischenfall ziemlich kontraproduktiv, aus russischer Sicht auch. Danke fürs Einschätzen, Juri Rescheto. Gerne. Gerne. Ich neig. Geis. Gerne. Gerne. Gerne.